In diesem Videoclip zeigen wir Ihnen, wie man bei Archicad 20 Elementeigenschaften in erstellten interaktiven Auswertung bearbeiten kann. Elementeigenschaften sind vollständig in dem Archicad BIM-Arbeitslauf integriert und können in der interaktiven Auswertung als Felder verwendet werden. In der erstellten Auswertung kann jedes Eigenschaftenfeld komplett bearbeitet werden. Wie diese Eigenschaftenfelder bearbeitet werden, hängt vom Datentyp der betreffenden Eigenschaft ab. Wenn es sich um eine Eigenschaft vom Typ wahr oder falsch handelt, zeigt das ausgewertete Feld ein Kästchen an. Wenn Sie das Kästchen aktivieren, wird der Eigenschaftswert auf falsch eingestellt. Und wenn Sie das Kästchen deaktivieren, wird der Eigenschaftswert auf falsch eingestellt. Wenn es sich um eine Eigenschaft vom Datentyp Optionen-Set handelt, zeigt das ausgewählte Feld die ausgewählte Option an. Wenn eine Zelle ausgewählt wird, wird auf seiner rechten Seite ein nachrechtsweisender Pfeil angezeigt. Wenn Sie auf ihn klicken, wird das Optionen-Set angezeigt, indem Sie einen anderen Wert auswählen können. Wenn es sich bei der Eigenschaft um einen anderen Typ handelt, können Sie ganz einfach die Auswertungszelle klicken und den in der Zelle angezeigten Wert bearbeiten. Dies gilt für Eigenschaftentypen vom Typ Allgemein, Ganzzahl, Nummer und Markierungsliste. – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020